Der Account startet in Iron 4 und das Ziel ist es mit diesem Account mit möglichst hoher Winrate und möglichst wenig Spielen nach Master zu kommen. Der Account hier ist jetzt wirklich richtig Hardstuck Iron 4. Starten tun wir mit einer 26,6% Winrate, 25 Wins und 69 Loses. Also dieser Account hat die schlechtesten Grundvoraussetzungen um ein Master Account zu werden. Und deswegen werden wir diesen Account nach Master spielen. Wir haben halt schon wieder einen Talon, ne? Ich werde halt schon wieder nicht das Spiel spielen dürfen. Außer ich gehe crownen. Wobei ich eigentlich auch Everfrost gehen muss, na? I don't know. Wir sollen Mythic Items aber wieder abschaffen. Ich will crownen into Everfrost gehen können. Zulichweise Everfrost in the ground. Into a rocket belt. Because, obviously. Okay. Wir gewinnen jetzt. Ich spiele ruhig. Ich lasse mich diesmal nicht ganken. Also, das ist gut. Ich spiele ruhig. Ich bin. Okay. An enemy has been slain. An enemy has been slain. You have slain an enemy. The nervous is missing. Okay. You have slain an enemy. An ally has been slain. Well, that's not good. It's also not bad though. It's okay, I guess. Let's see. Besser, als wenn er das Mitte macht für mich. Okay. 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 Jeder mit einem HP am Überleben hier. I'm sad again. Ich muss den First Blood Tread dürfen, wenn ich kann. Ich werde ehrlich sein, ich dachte der pusht ein bisschen schneller. X-Flash. Magia TP. Okay. 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 Tron Gaming An ally has been slain Killing Spree Rampage An ally has been slain Your character has been destroyed Unsecure You are double-kill An ally has been slain 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich will.. I hate you man. Ich kann.. du. Was machen die denn da? Ich kann ihm den Penta. Das war zu hart. 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 Sorry. Sorry. Meine Teammates haben auch einen guten Job gemacht guys. Don't worry about it. Haben sie wirklich. Aber es ist funny, dass wir mit, äh.. Mit Crown.. Als.. Es ist ja eigentlich.. Es ist eigentlich ja ein defensives Item, aber.. Das macht halt.. Also wir haben halt schon trotzdem auch ein bisschen Schaden gehabt. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.